Tag 11 einer 10-jährigen Weltreise Containern, Diebstahl oder Nahrungsretter? Was sind wir jetzt? Sind wir Diebe oder Nahrungsretter? Containern, ein gutes oder doch eher ein trauriges Gefühl zugleich? Das gestrige Tagesziel war Altkrautheim. Ich weiß, ein lustiger Nachname einer schönen Ortschaft, aber wo wir eben wieder einen Schlafplatz im Gemeindehaus ergattern konnten, waren wir, ja, nachdem wir durch ein langes Tal gewandert sind, was wirklich unglaublich schön war, leicht mit Nebelschwaden durchzogen, waren wir sehr hungrig an dem Tag. Unsere Tagesetappe war zwar nicht ganz so lang, aber es war trotzdem so, dass wir eben beim Frühstück wenig übrig gehabt haben und wir während der Tour, also während den 20 Kilometer eben nicht zu essen konnten. Also, der Pfarrer hatte nur ganz kurz Zeit, hat uns in den Keller gelassen, wo die Musikproben für den Chor und so weiter stattfanden. Also sind wir da reingegangen und haben uns erstmal häuslich eingerichtet, unsere Schlafsäcke hingelegt gehabt auf unsere Matratzen und Franz meinte dann so, ey Heiko, hörst du das Magengrollen? Dann sage ich, ja, das Magengrollen, das höre ich schon recht extrem. Lass uns mal auf Beute fangen, so auf Raubzug. Wir haben es immer so ein bisschen mit Raubzug aufgeschrieben, weil es hat sich immer wie eine Art Jagd angefühlt, also so wie indigene Völker rausgehen und jagen und sammeln. Also sammeln war eher so, wenn man jetzt in eine Bäckerei gegangen ist und gesagt hat, hey, was werft ihr gerade weg, gebt ihr mir das? Und ein Raubzug, also eine Jagd war eher, wenn man gedampstert hat, also in die Container abgetaucht ist, also Dampster-Diving betrieben hat, um eben dann in den Supermärkten nachzugucken, was wurde denn alles weggeworfen. Und es war ein kleiner Supermarkt in dieser Ortschaft und man kann ungefähr sagen, es war so ein Wert an dem Abend, wo wir da so rausgezogen haben, der war damals, 2014 war das, zwischen 300 und 400 Euro. Also in einer so einer großen Mülltonne, die man so nach oben aufkippt. Und wir konnten gar nicht alles mitnehmen, also wir haben unseren Rucksack ausgeräumt, haben dann noch so eine Plastiktüte gefunden, haben in die Plastiktüte dann noch reingetan. Und wir hatten insgesamt 50 Wienerle, dann hatten wir achtmal Putenwurst, wir hatten diese Milker-Lila-Herzen, davon hatten wir drei Schachteln, dann hatten wir ein Kilogramm Walnüsse, drei Brote, zweimal Grillfleisch, einmal Marmelade, dann hatten wir Salami, dann hatten wir acht Kilogramm Kartoffelsalat mit klarer Fleischbrühe-Soße, zwei große Joghurt-Drinks mit einem Liter, zweimal eine Fanta mit 1,5 Liter, einen großen Kuchen, hatten Creme Fraiche und 20 Eier, also zweimal zehn Eier und sowas ähnliches wie so Spekulatius oder weiß der Geier, also keine Ahnung was das war, hatten einiges an Äpfeln, Mandarinen, Honigmelone, Wassermelone, hatten Fenchel und so weiter und so fort. Also ich kann das gar nicht alles aufzählen. Und das war eben ein Altkrautheim, also das, was jetzt sicher auch nicht wirklich so nach einer exorbitant großen Ortschaft anhört und allein so auf den, also fangen wir anders an. Also wir haben irgendwann später haben wir rausgefunden, also nachdem wir diese zehn Jahre unterwegs waren, dass halt schon wirklich exorbitant viel Nahrung weggeworfen wird. Aber wir hatten an dem Tag einfach so viel Nahrung, dass wir es ja eh nie hätten essen können. Also haben wir dann geguckt, also was passt alles so in unsere Taschen, also dass wir die nächsten Tage eben nicht sammeln müssen, also jagen und sammeln. Und wir haben schon gemerkt gehabt, okay, also wenn wir so weitermachen, dann wird irgendwann unser Pilgerwagen so hoch wie ein Wolkenkratzer und das geht ja auch nicht. Also das könnte dann auch ein bisschen zu groß werden. Also haben wir uns dazu entschieden, den Pfarrer einzuladen und haben erstmal ordentlich aufgekocht. Hat ein sehr gutes Gericht, haben miteinander gegessen und haben uns auch so über diese Geschichte mit dem Wegwerfen eben unterhalten. Und also wie er das so empfindet. Und er hat auch gesagt, es fühlt sich ja irgendwie verboten an, also zu Dumpstern oder Dumpster-Diving zu betreiben. Und was ja auch jetzt schlussendlich ja auch eher verboten ist, also dieses Dumpster-Diving, also in den meisten Ländern ist es ja nicht mehr legal. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier nach Bretbin rüber gehen würden, wo wir jetzt gerade uns in Schweden befinden, dann wäre es ja illegal. Also am Anfang dürften wir das, dann hat man es uns verboten. Bei den anderen Supermärkten dürfen wir es jetzt zum Beispiel noch, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Also schwierig. 60% der Nahrung wird nicht verbraucht, beziehungsweise kommt nie in unseren Schlund an, beziehungsweise im Magen wird dann aufgeschlüsselt, kommt durch den Dünndarm dicktab und flutscht dann wieder raus. Das hat uns damals, wo wir das nachrecherchiert hatten, erstmal die offiziellen Zahlen, hat uns das sehr arg frustriert. Also das ist aber gar nicht so leicht jetzt erstmal zu verstehen, weil das ja an verschiedensten Stellen erstmal stattfindet und man muss erstmal gucken, wie nimmt man das auf. Also statistisch gesehen, also von der Welthungerhilfe jetzt zum Beispiel, werden ungefähr rund 17% aller Lebensmittel ungenutzt in die Tonne gegeben, also in die Mülltonne. Das ist der Food Index Report von 2021. Also wie kommen wir jetzt auf 60%? Also damals waren wir der festen Meinung, es sind ca. 60% gewesen. Jetzt sind wir bei weitem höher, nachdem wir das 10 Jahre betrieben haben und 58 Länder dahingehend kontrolliert haben, sind wir bei weitem höher. Aber da komme ich nochmal gesondert drauf und das wurde eben in den Vereinten Nationen nachgetestet. Und da gab es eben schätzungsweise 931 Millionen Tonnen Lebensmittel, die pro Jahr weggeworfen werden. Um ein Zirka-Bild aufzubauen, also ca. 35% von Obst und Gemüse kommen in die Tonne, da sprechen wir aber nicht davon, wie viel auf dem Feld bleibt, also sondern wir sprechen nur davon, was kommt wirklich in die Tonne. 15% ca. zubereitete Nahrung wird nicht aufgegessen, wird in die Tonne geworfen, 13% Brot und Backwaren, wobei man da sagen muss, da bleibt halt das meiste Brot auch wirklich schon in den Bäckereien hängen. Also jedes fünfte Brot erreicht wirklich auch nur einen Endkunden, 12% der Getränke werden weggeworfen, 9% der Milchprodukte, 6% der Fertiggerichte und 4% Fleischwurst und Fischwurst, ne der Bayer und Fisch kommen in die Mülltonne. Jetzt muss man natürlich sagen, dass jetzt ja nicht unbedingt alles in die Mülltonne kommt, sondern eben auf dem Feld bleibt, bei der Schlachterei verweilt, dass es beim Transport kaputt geht und so weiter, aber da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also wenn wir jetzt sagen, rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich in Deutschland einfach in die Mülltonne reingelegt und wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen es jetzt ganz grob, wir sind 80 Millionen Bürger, also 80 Millionen Bürger und 11 Millionen Tonnen werden da reingelegt. Also wenn man das jetzt erstmal hochrechnet, was das für den einzelnen Bürger bedeutet, ist einfach exorbitant und sollte uns mehr als nur zum Nachdenken bewegen. Aber wo bleibt jetzt eigentlich dieser Restbetrag, wo wir jetzt nach 10 Jahren auf die Hochrechnung gekommen sind von 73% der Nahrung erreicht wirklich niemals einfach einen Endverbraucher, außer wenn er im Müll drin rumwühlt wie arme Leute. Also wir haben 735 Millionen arme Menschen, die eben nicht genügend zu essen haben, also die wirklich hungern und ich spreche jetzt nicht von ca. 3 Milliarden oder 3,5 Milliarden Menschen, die nur 2 Dollar pro Tag zur Verfügung haben, um sich zu versorgen. Also die ja auch schon viel zu wenig haben, sondern ich spreche von den Menschen, die kurz vor dem Verhungern stehen. Also wir haben immer noch auf dieser Welt, da wir es nicht schaffen, die Nahrung richtig umzuverteilen, haben wir 735 Millionen Menschen, die an der Hungertodgrenze sind. Also nicht hungern, sondern wirklich Hungertodgrenze. Also da, wo es einfach nicht mehr geht. Also was sind die Ursachen für Lebensmittelverschwendung, wo bleibt das ganze Zeug dann einfach liegen, was haben wir in diesen 10 Jahren dann aufnehmen können, das wussten wir in unserer Lieblingsortschaft da eben noch nicht. Also wo wir dann eben in unserem Gemeindehäuschen rumgesessen sind, sondern es war halt einfach nicht in Altkrautheim schon alles uns bekannt, was wir später dann halt eben eruieren konnten. Wollen wir es einfach mal so sagen, was wir dann in Spanien, in Italien, in Moldawien, in Rumänien, in Bulgarien, in der Slowakei, Slowenien, in Österreich, in der Schweiz, in Spanien. Also überall, wo wir waren, wo wir es dann eben gesehen haben, auch in Griechenland, wie mit den Leuten umgegangen wurde. Also allein die Leute, die auf dem Feld arbeiten, wie schlecht mit denen schon umgegangen wurde, war an sich der absolute Wahnsinn. Also in der Landwirtschaft verderben Erzeugnisse durch falsche Lagerung, Schädlingsbefall. Sie werden durch Unwetter zerstört oder müssen entsorgt werden, weil es nicht genügend Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen einfach gibt, um eben dann die Sachen schnellstmöglichst zum Markt zu bringen. In der Industrie entstehen die meisten Lebensmittelverluste durch Transportschäden, falsche Lagerung, technische Ursachen in der Produktion. Auch die interne Qualitätssicherung führt dazu, dass eben eine Überproduktion stattfindet, was man dann auch wiederum nicht nehmen kann. Da möchte ich auf einen Punkt eingehen. Das ist zum Beispiel bei Pfirsichen, bei Kiwis, bei Melonen, bei Kürbissen und so weiter und so fort. Wenn jetzt da diese Arbeiter sind, die dann manchmal gerecht entlohnt werden, aber wir haben sehr, sehr oft ungerichte Entlohnungen gesehen, zum Beispiel in der Stunde mit 1,10 Euro, teilweise nur mit 85 Cent, dann 3 Euro die Stunde, manchmal 4 Euro. Wenn man jetzt hier zum Beispiel die Schwarzbäernte gerade in Schweden anschaut und jetzt dann die Thailänder oder sonst irgendwas hier in diese Länder eingeladen werden, in Anführungsstrichen und dann irgendwo in Häusern leben, die die richtigen Baracken sind. Es ist einfach überall. Wir haben das in Griechenland gesehen gehabt, die Zwangsarbeit. Wir haben es in Portugal gesehen, in Moldawien gesehen, in Rumänien gesehen, in Bulgarien gesehen. Wir haben es in Griechenland gesehen, in den absoluten Dingen. Wir haben auch gesehen gehabt, wo der Drogenanbau stattgefunden hat. Wir haben da die Maschinengewehre nebendran gehabt. Da wurde auch unser Leben bedroht. Also wir haben das alles gesehen. Das ist nicht einfach, dass wir von irgendeinem Blödsinn sprechen, sondern wir haben das live erlebt. Und da ist es eben so, was uns am meisten aufgefallen ist, wenn du sehr, sehr wenig Geld kriegst, gehst du mit den Materialien auch nicht gut um. Eine Sache, was wir gesehen haben, das war zum Beispiel in Südtirol bei der Apfelernte, wie dann die Äpfel reingeworfen werden. Und wie viel dieser, also wie viel von Obst und Gemüse muss kaputt gehen allein, wie es geworfen oder geschleudert oder sonst irgendwas wird, wo es dann eben faule Gestellen bekommt. Also das war an sich. Und wie viel auf den Feldern bleibt, weil wir einfach sagen, okay, wir haben einfach eine Zwiebel, die muss so so groß sein. Kleine Zwiebeln werden aber verkauft. Wir brauchen die und die Größe von der Melone. Unsere Gurke muss so so gerade sein. Wir brauchen eine gewisse Länge von der Banane oder was auch immer. Also allein dadurch, wir waren mal von dem Zwiebelfeld gestanden, das war in Spanien. Und dann hat der Rumäne zu uns gesagt, wenn du raten kannst, ob dieses Feld abgeerntet ist oder nicht, dann darfst du so viele Zwiebeln für heute Abend für dein Abendessen mitnehmen, wie du möchtest. Und dann habe ich gesagt gehabt, ja, das Feld ist nicht abgeerntet. Dann sagt er, doch, das Feld ist abgeerntet, das bleibt auf dem Feld übrig. Dann habe ich gesagt, ja, aber das sieht ja so aus, als hättet ihr gar nichts genommen. Und dann sagt er, ja, das sind diese EU-Vorrichtung, also diese Regelungen. Also was wird als schön empfunden? Was darf überhaupt rein? Ähnlich auch bei den Äpfeln, weil da ist eine kleine Druckstelle, da ist irgendwas. Das passt dann alles wieder nicht. Ein riesen Heckmeck, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, könnte ich stundenlang darüber berichten. Allein, dass man sagt, jetzt zum Beispiel bei Kürbissen war es so, man hat nur die Kürbiskerne genommen, weil man hatte eine andere Zucht. Da gab es dann mehr Kerne, kein Fruchtfleisch mehr. Das ist dann alles auf dem Feld geblieben, also die ganzen Kürbisse, hätten wir locker Kürbissuppe draus machen können. Aber scheißegal, so produzieren wir einfach. Oder wenn wir auf dem Fischfang unterwegs waren, mit den größeren Trawlern, durften wir mal mitfahren. Dann war es einfach so, dass man Beifang hatte und dann war eben für ein Kilogramm Fisch, wurden 52 Kilogramm getötet. Also ich meine, wie krass ist diese Idiotie, dass wir einfach sagen, also wir haben das jetzt schon hier drinnen und das verpilzt, verkeimt dann und das kann halt einfach nicht mehr überleben, auch wenn wir es wieder zurück ins Meer werfen. Also wie idiotisch ist an sich die Art und Weise, wie wir hier leben und was es an sich mit uns macht. Und ich bin wirklich ein durchdringender Fleischfresser. Also ich meine, ich bin durch Kanada, durch Alaska, also durch Wildnisbereiche, die dreimal so groß sind wie Deutschland. Und da gibt es halt einfach sehr, sehr wenig pflanzliche Nahrung. Also du musst zum Fleischfresser werden. Und ich erzähle das jetzt nicht einfach, weil ich euch in irgendeine vegetarische oder vegane Schiene reinbringen will. Ähnlich, was wir jetzt vor ein, zwei Tagen von der Truthahnmast dann auch beschrieben hatten. Sondern es geht einfach darum, dass wir uns ein Nahrungsmittelsystem erschaffen haben, das schlimmer nicht sein könnte. Vor allem auch, wir müssen auch mal bedenken, wie die Menschen diese Nahrung ernten. Unter welchen Bedingungen. Weil wir gehen ja immer davon aus, das ganze Zeug kommt irgendwie aus Deutschland, kommt aus Österreich. Und nicht zu verwechseln, dass wir diese Lohnsklaverei nicht in Deutschland oder in Österreich gefunden haben. Da haben wir es eben genauso gefunden. Also wir haben es auch in den Bereichen, wo man es eben nicht vermuten würde, wie zum Beispiel in der Schweiz, haben wir trotzdem die Lohnsklaverei gefunden. Das bedeutet, natürlich haben wir uns immer auf eine gewisse Art und Weise ja eingeschlichen, um eben diese Sachen auch zutage zu bringen. Aber trotzdem ist es ja metaspektakulär, dass man sagt, egal ob wir das jetzt in Portugal, in Spanien, in Griechenland, in Frankreich oder sonst irgendwo gefunden hatten oder in Moldawien, Bulgarien, Ukraine, Russland oder sonst irgendwo. Das spielt ja gar keine Rolle. Oder in Schweden, in Finnland oder in Norwegen. Aber wir haben es ja trotzdem eben auch in den Bereichen gefunden, wo wir es auf gar keinen Fall vermutet hätten. Aber gehen wir weiter. Auch im Groß- und Einzelhandelssorgenkundenwünsche nach einer breiten und optisch ansprechenden Auswahl, so bezeichnet man das immer so schön, so wie Produktvorgaben dafür, dass viele Erzeugnisse durchs Raster fallen und entweder nicht vermarktungsfähig sind oder liegen bleiben und entsorgt werden. Und das ist eben ein riesengroßes Problem. Da würde ich fast sagen, also ich kann es ja nur schätzen, jetzt gerade im Augenblick, weil ich nicht meine Daten alle vorliegen habe. Das war ein riesengroßes Projekt, was wir gemacht haben. Also allein durch diese Idiotie, was ist eigentlich en vogue, was ist überhaupt annehmbar? Da waren wir ja schon fast bei 20 Prozent der Nahrung, die ungefähr Ausschuss hatte. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also bei der Haselnussernte, da geht nur drei Prozent verloren. Also drei Prozent, wenn es geschüttelt wird. Also der Baum wird ja mit so einem riesengroßen Schirm umgegriffen, da wird er geschüttelt und dann fliegen die Haselnüsse runter. Also da ist sehr wenig Ausschuss. Wenn ich jetzt aber andere Erntemaßnahmen anschaue, wie jetzt zum Beispiel bei der Tomatenernte. Ja, holler die Waldfee, da wird es da natürlich schlecht. Bei der Zwiebelernte, wie viele Zwiebeln auf dem Feld bleiben. Melonenernte, wie viele auf dem Feld bleiben. Ja, da wird es da schlecht von vorne besinden. Also das kannst du dir ja überhaupt nicht vorstellen. Die Gastronomie oder in der Gastronomie ist vor allem die unkalkulierbare Nachfrage ein entscheidender Faktor. Der zusammen mit falscher Lagerung, mit strengen Hygiene- und Produktvorschriften sowie schlecht definierten Portionsgrößen, also Kantinen für extrem viele Speiseabfälle. Wir haben einmal mit einem Catering oder einige Catering-Services, haben wir uns mal genauer unter die Lupe genommen, aber nicht bösartig, sondern haben wirklich nur gesagt, wir möchten ganz gerne wissen, was bleibt wirklich übrig. Und vor allem bei Caterings, da kannst du ja davon ausgehen, das ist ja vollkommen unkalkulierbar. Du weißt ja nicht, wie viele kommen, was fressen die jetzt, wie sind die jetzt drauf und und und. Und bei Caterings, wenn wir da immer danach gefragt haben, also ob die noch Nahrung bekommen und und und, also teilweise hatten wir das Gefühl, dass 90% der Nahrung einfach gar nicht angeführt wird. Natürlich gibt es bessere Momente, also wo man sagt, 40-50% wurde gegessen, aber da durch, oder Hotels, Hotels, Hotels war es nie ein Problem, was du mit isst, weil die einfach wissen, 30-40% bleibt immer liegen, weil du musst die komplette Palette einfach bieten. Vor allem diese All-Inclusive-Hotels, also die waren einfach der Wahnsinn. Ich weiß noch, da hat ein, aus einem Luxushotel, ein Fünf-Sterne-Luxushotel, hat uns ein älterer Herr, der war 81 Jahre alt, hat uns dann gesagt, Herr Heiko, mir blutet jeden Tag das Herz, was ich alles wegwerfe. Das sind Nahrungsmittel, ich bin in einer Kriegszeit aufgewachsen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie hier mein Herz blutet. Und das kann ich mir sehr wohl gut vorstellen, wie ihm hier das Herz geblutet hat, weil er hat mir nämlich erzählt, dass sie dann putzelkühl mussten, also diese Kiefern-Sapfel mussten sie eben im Wald sammeln, weil sie kein Brennmaterial mehr hatten. Die haben damals 51 Kilo Sack Kohle pro Monat bekommen, also da, wo gerade diese Inflation auch war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt war er, war er 81 oder war er 91? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so, dass er da halt eben unter brachialer Armut gelitten hatte. Also sie hatten viel zu wenig zu essen, seine Brüder waren, ja, kurz vorm Hungertod auf jeden Fall. Und hat er gesagt gehabt, und jetzt das alles wegwerfen zu müssen und vor allem in dieser All-Inklusiv-Kultur und mit diesem Hochzeits-Catering, die er auch gemacht hatte, hat ihn einfach absolut wahnsinnig. Es gibt aber auch noch die Verbraucher oder die Verbraucherinnen, die, das sind halt einfach wir alle. Und wir haben uns irgendwie angewöhnt, dass Lebensmittel im Überfluss verfügbar sind und das Bewusstsein dafür halt absolut verloren gegangen ist, welche Leistung und welche Ressourcen und welcher Energieverbrauch hinter solchen vollgefüllten Regalen steht. Oder dieses, was habe ich eigentlich in meinem Kühlschrank oder ich kann planen oder ah ja, jetzt habe ich das zwar im Kühlschrank, aber heute Abend, da habe ich keinen Bock mehr zum Kochen und deswegen gehe ich jetzt einmal zum Japanesen rüber und ich ziehe mir jetzt halt irgendein ganz lustiges Gericht dann rein und dann merke ich, oh, jetzt ist die Gurke, die ich mir gekauft habe, aber doch wieder kaputt. Was sind jetzt eigentlich so diese Gründe für die Entsorgung von wertbaren Lebensmitteln? Also 59 Prozent bei uns jetzt zu Hause sind Haltbarkeitsprobleme. Also wir kaufen ein und dann ist es so, dass wir merken so, oh shit, ich habe das zwar eingekauft, aber die Haltbarkeit ist überschritten und ich habe natürlich sofort, bin ich ein Phobiker und denke, alles, was ein paar Tage alt ist, ist kaputt. Und nochmal, wir leben jetzt seit zehn Jahren ausschließlich oder über, was heißt ausschließlich, das stimmt nicht, überwiegend von Nahrungsabgaben, die aus irgendeinem Grund aussortiert wurden. Sagen wir mal, zu 70 bis 80 Prozent leben wir von denen, das was eigentlich nicht mehr verwendet oder weggeworfen wird. Wir hatten noch nie Probleme bei so einer Nahrung, also wirklich noch nie Probleme. 21 Prozent sind zu groß bemessene Portionen, also dass wir einfach sagen, wir gehen jetzt in ein Restaurant oder wir kochen zu Hause, das ist zu viel, wir tun das dann nicht in die Tupper, sondern wir schmeißen es halt ein. 13 Prozent falsche Mengenplanung beim Einkaufen, also dass wir uns nicht richtig orientieren können und 10 Prozent ist, weil es uns einfach nicht schmeckt. Also man muss sich das jetzt mal überlegen. 735 Millionen Menschen hungern hier wie der Teufel. Und wir futtern irgendwas, weil es uns jetzt nicht ganz so wundet. Ich weiß, das ist vollkommen in Ordnung. Ich will das jetzt auch niemandem streitig machen, dass das nach seinem Gaumen leben sollte. Das ist absolut in Ordnung für mich. Das, was aber nicht in Ordnung für mich ist, dass diese Nahrungsumverteilung nicht standfindet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal rechnet, wenn jetzt ungefähr 30 Prozent der Nahrung wirklich in einem Ranzen ankommt, also in einem Bauch, dann muss man sich doch die Frage stellen, wie es noch einen hungernden Menschen auf dieser Welt geben kann und die Nahrungsmittelumverteilung in dieser Art und Weise eben nicht stattfindet. Also wenn man jetzt zum Beispiel hergeht und sagt, 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel sind unnötig weggeworfen worden letztes Jahr. Und wenn man jetzt dann noch sagt, also in Deutschland waren es 18 Millionen Tonnen laut dem WBF. Also ihr merkt schon, wie sich die Zahlen unterscheiden. Also jeder spekuliert hier auf eine eigene Art und Weise. Das entspricht ungefähr einem Drittel des aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs von 54,5 Millionen Tonnen in Deutschland. Also wir schmeißen praktisch als Endkunde ein Drittel der Nahrung weg. Das muss man sich halt auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen und man muss es sich auch irgendwo gefallen lassen, dass man sich hier die Frage stellt, was machen wir denn hier eigentlich? Von dieser Lebensmittelverschwendung wären bereits heute fast 10 Millionen Tonnen vermeidbar. Also wir könnten das vermeiden, wenn wir das wollen würden, aber wir tun es nicht. Umgerechnet wären ca. 313 Kilogramm genießbare Nahrungsmittel pro Sekunde entsorgt. Und wenn wir jetzt da noch das alles mitnehmen, also was bleibt auf den Agrarflächen und was ist, also es ist einfach unglaublich. Also ich meine, was wir allein an Energie verbrauchen dafür. Also das ist einfach die Überproduktion, dass wir dann das nicht richtig planen, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich meine, was ist da denn bitte? Ich meine, riech doch einfach an deiner scheiß Nahrung und du kriegst mit, ist das Ding noch gut oder nicht? Ich meine, haben wir irgendwie verlernt, dass wir da dran riechen, um rauszufinden, ob ein Ei gut ist oder nicht? Ich meine, ihr müsst euch jetzt das nochmal überlegen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wir machen das jetzt seit zehn Jahren und wir haben uns dabei den Ranzen nicht verbogen, nur weil wir an der Nahrung riechen. Und das Spannende ist, dass vor allem in den Ländern, also da, wo jetzt die Menschen wirklich besonders reich sind, also im größten Wohlstand leben in einem Land, desto mehr Essen schmeißen die privaten Personen weg. Ich will jetzt gar nicht von dieser komischen Industrie sprechen und was da dahinter steckt und wie auch immer und ob man das vermeiden könnte, tralala. Das stimmt, das könnte man auf jeden Fall, aber es ist einfach mal, wie es ist. Also wir als einzelner Verbraucher können ja jetzt die Industrie jetzt nicht gerade totschlagen oder darauf den maximalen Einfluss nehmen. Aber was wir können, und das ist eine Studie, die erst ganz neu auf den Markt gekommen ist, und wenn man da mal davon ausgeht, täglich landet eine ganze Mahlzeit im Müll in den drei reichsten Ländern in Europa. Und das ist schon wirklich ungewöhnlich, also wie arg die Lebensmittelverschwendung an sich dann auch wieder, vor allem je reicher man ist, um sich greift. Also desto geringer gehen wir an sich auch mit dieser Nahrung in Kontakt. Und das finde ich schon, also dieses niederländische Forscherteam, also was aus der Universität Wageningen, toller Name, Wageningen gekommen ist, und das hat er mal für das Jahr 2005 geguckt, und da ist es halt eben Ihnen aufgefallen, den Wissenschaftlern, dass global im Durchschnitt 526 Kilokalorien pro Kopf und Tag weggeworfen werden. Für 2011 waren es dann bereits schon 727 Kilokalorien. Und im Durchschnitt, also wohlgemerkt im Durchschnitt. Denn statistisch gesehen liegt der Überschuss in Industriestaaten bei 1000 bis 1500 Kilokalorien pro Person. Das ist die Energiemenge einer üppigen Mahlzeit. Und dabei brauchen die meisten von uns nicht mehr als 2400 Kilokalorien täglich. Also wenn wir, also wir schmeißen praktisch die Hälfte weg, was an sich der Mensch zum Leben brauchen würde. Und wenn man sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, also von diesem niederländischen Forscherthil, dann muss man sich ja ganz ehrlich auch fragen, ist es das, was wir gerade betreiben, wirklich ein Energiefarming, oder ist es an sich eine reine Verschwendung? Und es ist einfach wirklich schwierig, da in irgendeiner Form eine gute Auskunft zu geben. Also wir waren abends dann auch noch längere Zeit zusammengesessen in unserem kleinen Kellergewölbe da drinnen und haben auch nochmal so drüber gesprochen, also was wir alles gesehen hatten jetzt schon auf den ersten 11 Tagen. Also der Lidl, der Netto, die hatten jetzt ja plötzlich solche Verpresstcontainer, also wo man vorne die Nahrung reinwirft, dann wird sie verpresst, dass sie niemand mehr rausholen kann. Und wo so ganz große Schlösser dran waren, also dass das eben dann auch gesichert ist, dass die Lebensmittelrettung an sich nicht mehr stattfinden kann. Und dann gab es eben auch einen Fall, wo Nahrung gerettet wurde und wo derjenige dann plötzlich strafrechtlich verfolgt wurde. Also Containern in München, Erfurt oder auch in Karlsruhe wird jetzt plötzlich auch als Strafe jetzt teilweise angesehen. Also was ist das Pro und Contra fürs Containern? Denn die Argumente dafür und dagegen liegen praktisch ja auf der Hand. Ich meine, du willst ja nur eine Nahrung retten, also es soll ja an sich nichts kaputt gehen. Und die Frage ist ja auch, was hat die Wirtschaft jetzt eigentlich davon, von diesem Verlust? Und es bedeutet, dass jeder Truthahn, was wir jetzt vor ein paar Tagen gesehen hatten in diesen Mastanlagen, hätte doppelt so viel Platz, ohne dass deswegen ein einziger Mensch weniger essen müsste. Jeder Bauer könnte sich die Hälfte seiner Arbeit sparen. Er müsste nur halb so viel Futterpflanzen anbauen und nur halb so viele Tiere aufziehen, unterbringen, versorgen und schlachten. Die Tiere, die gezüchtet werden, könnten doppelt so viel Lebensqualität haben und bräuchten viel weniger Medikamente, weil die Krankheitsgefahr deutlich geringer wäre. Also wir hätten eine deutlich gesündere Nahrung. Wir bräuchten nur halb so viel Schwerlastverkehr für Lebensmittel und bedeuten weniger Entsorgungsunternehmen. Doch hier kommen wir dann irgendwo an eine Grenze, also wo wir einfach sagen, diese Überproduktion ist eine so immense Energievernichtung. Es führt dazu, dass wir absolut unethisch Tiere aufziehen. Und selbst je besser wir unsere Technik entwickelt haben jetzt, um eben Dinge schnell und effizient aufzuziehen, desto schlimmer wurde sie an sich. Und da versteht man ja gar nicht mehr, warum. Ist das jetzt nur noch aus Geldgeilheit entstanden oder warum ist denn das eigentlich so? Und wenn man hier so durch die winterliche, karge Landschaft wandert und wir hatten da so viel Zeit zum Nachdenken, kommt einem halt dann schon öfters die Frage, ist es jetzt sinnvoll, dass wir Containert haben oder ist es an sich, weil es ja schon in einigen Bereichen verboten wurde, sind wir jetzt an sich Straftäter, sind wir jetzt die, die im Geldstreik gelebt haben, waren wir jetzt diejenigen, die irgendwas Verbotenes, was Falsches gemacht haben, und was ist jetzt das Pro oder das Contra für oder dagegen. Und heute wirkt wirklich die Welt tatsächlich so, als wären wir die letzten Menschen auf diesem Planeten, die jetzt im Jagstal plötzlich durch den Nebel gehen, irgendwo anlanden, dann auf die Futterjagd gehen und sagen, boah krass ist es hier einfach jagen zu gehen, weil du kannst einfach für 300, 400 Euro, kannst du die Nahrung aus diesem Container hier rausschleifen und hast einfach dich für die nächsten 4, 5 Tage versorgt. Und irgendwo haben wir jetzt, oder hatten wir damals schon ein schlechtes Gewissen, dass wir dann einfach die Hälfte dieser Nahrung wieder wegwerfen müssen, oder wir haben dann versucht, so viel Nahrung wie möglich zu verschenken, weil es eben diesen maximalen Überfluss gibt. Wir haben da einer alten Oma was gegeben, wo sie uns erzählt hatte, dass sie nicht genügend zum Leben mehr hat, weil die Rente zu klein ist. Da hat er mal gesagt, wir haben noch voll viel Wienerle. Magst du Wienerle? Oh ja, Wienerle würde ich gerne nehmen. Aber ich sage, wir haben die aus dem Container. Ja, das macht nichts. Ich schaue auch ab und zu in den Container. Und es war irgendwie, dieser ganze Tag war unter dem Motto, als würden wir durch eine Geisterwelt laufen. Das war so neblig, stickige Luft. Und überall waren so Spinnenweben, Millionen von Spinnenwebenfäden, die dann mit kleinen Wasserperlen dran waren. Ich wollte das auch mit dem Foto noch einfangen. und wir haben uns am Friedhof, haben wir uns das Wasser geholt, weil wir also einen Brand vom Vortag noch hatten, weil wir so viel Chili-Chips gefressen hatten, haben uns dann ja ordentlich was hinter die Binde gekippt und alles war voller Eis. Es war mega rutschig. Dann kamen wir, also alles war so spooky, einfach dann so alte Container vorbei, die waren dann besprüht, die Bäume haben sich wie bei Harry Potter so auseinandergebogen gehabt. Und wir haben dann kaum Menschen getroffen. Also wir sind fünf Kilometer lang getroffen, ohne übergelaufen, ohne einen einzigen Menschen zu sehen. Und dann war auch so ein Resümee, was wir getroffen hatten, weil wir hatten ja schon so viele Menschen auf unserem Weg getroffen. Und jeder hat gesagt, boah, ja, also wenn ich in Rente bin, also dann gehe ich auf jeden Fall den Pilgerweg auf, bis nach Santiago de Compostela. Ja, wenn ich nur jünger wäre, dann könnte ich, weil ich ja jetzt in der Rente bin, aber ich habe so viele Gebrechen, jetzt kann ich ja trotzdem nicht mehr laufen. Also wenn ich jünger wäre, dann würde ich auf jeden Fall nach Santiago de Compostela laufen. Und irgendwie war das Offensichtliche, dass dieses Nomadengehen, also irgendwo dieses Gehen davon, dass man sagt, okay, ich bin an sich Nomade, ich möchte an sich, ein Parasympathikus in absoluter Entspanntheit immer unterwegs sein und das Leben so nehmen, wie es eigentlich auf mich zukommt, dass es so viele Menschen in sich drinnen tragen, aber es einfach nicht leben können, weil sie glauben, funktionieren zu müssen. Und der Tag war unter dem Motto, geh in dich, wenn dir das nicht zu weit ist. Also geh irgendwo in deinen Geist und finde raus, willst du wirklich das ganze Leben nur funktionieren, um dir die Steuer leisten zu können. Oder dass du sagst, das Schönste an meinem Arbeitsplatz ist, dass sich der Stuhl dreht. Oder dass du hergehst und sagst, hey cool, ich habe das ganze Leben gearbeitet, bin jetzt sterbenskrank und deswegen konnte ich mir wenigstens die Krankenversicherung leisten, dass ich mich dann wieder ein bisschen zurückkämpfe ins Leben, dass es mir dann zwar scheiße geht, aber ich habe wenigstens ein bisschen noch was davon. Also geh in dich. Was willst du wirklich? Was ist dein Tag? Spruch des Tages. Du bist das Wichtigste auf dieser Welt. Tagesetappe 16 Kilometer, Gesamtstrecke 234,36 Kilometer. Ich lasse. agee. Untertitelung des ZDF, 2020